tach ihr menschen hier ist der tempel schipper so ich will heute über kassetten im allgemeinen reden und zwar wurde ich inspiriert von krachmucker tv der ernie hat eine schöne sendung gemacht über das thema kassette und zwar eher so philosophisch gesehen wie hat er es noch genannt die kassette als symbol für vergänglichkeit so tief werde ich heute nicht gehen ihr kennt mich ja aber ich werde so ein bisschen über allgemein über kassette reden warum was der reiz ist und weshalb okay ich persönlich denke dass der größte reiz an der kassette so ein nostalgie teil ist ich zum in einem kleinen dorf aufgewachsen da gab es drei geschäfte das eine waren bäcker und dann zwei tante emma läden in dem einen laden gab es dann auch kassetten die konnte ich mir dann von meinem taschengeld auch leisten die haben so sechs sieben mark damals gekostet das waren also sachen wie tkkg benjamin blümchen jan tenner oder klaviklax und da hatte ich auch so einen billigen kassettenplayer im kinderzimmer konnte die hören wunderbar und ich muss sagen die kassetten laufen stellenweise heute noch also die sind jetzt nicht kaputt oder so das band ist gerissen das kann natürlich bei einem oder anderen mal passiert sein aber die meisten funktionieren heute noch obwohl ich damals nicht die besten kassetten abspielgeräte hatte natürlich nicht das waren also billig dinger und gut wenn man dann natürlich an kassette zurückdenkt denkt man meistens nicht daran dass man die auch mit ganz billigen scheiß tape decks abgespielt hat und sie deswegen dann irgendwie auch nicht so gut klangen oder schnell kaputt gingen ja genauso wie man mit billigen plattenspielern schallplatten kaputt spielen kann geht das natürlich auch mit kassetten je hochwertiger das abspielgerät ist umso schonender wird auch die kassette bzw die schallplatte bzw das entsprechende medium behandelt das ist halt so es gibt auch kassetten die klingen super das sind es gibt ja auch diese unterschiedliche chrom ferro und bla 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 was jetzt das beste ist oder was nicht weiß ich jetzt selbst so gar nicht gute tapes kosten halt auch dementsprechend ich würde mal sagen ja gut so eine kassette die 30 40 jahre alt ist und wo zum beispiel classic oder jazz drauf ist und die schon 100 mal gehört wurde die wird wahrscheinlich nicht mehr so klingen wie am ersten tag und ja aber die können schon noch so in die richtung gehen dass sie CD qualität haben so neuere kassetten oder kassetten aus den 90ern die irgendwie gut behandelt wurden würde ich jetzt mal behaupten ich mache auch einen link hier unten drunter unter dieses video von jemanden ist zwar englischsprachig das video und ich hoffe dass ihr es verstehen könnt wenn es euch interessiert das ist recht interessant was der überkommende kassetten zu sagen hat über die haltbarkeit verschiedener tonträger habe ich jetzt was kann ich nur sagen cds können kaputt gehen ich hatte schon drei normal gekaufte cds die nicht mehr abspielbar sind cdr sind dann natürlich noch sehr viel anfälliger ja und schallplatten gelten ja so als das nonplusultra da bin ich aber jetzt auch nicht immer so begeistert von weil die pressqualität in den letzten jahren ziemlich zurückgegangen ist ich habe so oft schallplatten zurückschicken müssen weil sie knistert haben oder so trotz plattenwäsche war da nichts mehr zu machen das waren halt produktionsfehler also bei platten kann auch sehr viel schief gehen die können auch kaputt gehen die können leicht zerkratzen wie gesagt die können auch scheiße gepresst sein das tolle an vinyl ist halt dass man was schönes in der hand hat was zum gucken der optische der haptik aspekt ist bei vinyl halt das maßgebliche gut wenn natürlich ein vinyl schön gepresst ist und noch schön booklet dazu ist und der preis jetzt nicht so teuer ist dann ist das eine feine sache klar bei tapes ist es halt so die sind günstiger und die haben halt diese spezielle magie die man die bei mir darauf wahrscheinlich zurückzuführen ist dass ich damals songs zum beispiel aus dem radio aufgenommen habe wie ich angefangen habe richtig musik zu hören dann kam natürlich irgendwann der metal und dann habe ich mir auch mixtapes gemacht und diese mixtapes habe ich dann auch dementsprechend künstlerisch gestaltet ich habe mal ein cover gemalt oder die logos der bands drauf gemalt ich habe mir gedanken darüber gemacht welcher song zuerst kommt man musste ja auch ein bisschen mit der länge der kassette haushalten was mache ich drauf oder ist es mir egal wenn der song dann wenn es zur zweiten seite hingeht oder wenn das band zu ende ist oder dann mittendrin aufhört abrupt oder kriege ich das so hin dass ich da irgendwie so ein bisschen neuen song hinwurstele der noch grad dann so da hin passt und so weiter da konnte man schön gestalterisch tätig sein und ja das war jetzt nicht so bei einer cdr dass man ja gefällt man nicht und schmeiße ich weg brenne ich neu nein das hat schon zeit in anspruch genommen und war dementsprechend muss man auch voraus planen und war halt auch was besonderes muss man so zu sagen natürlich konnte man dann auch eigene musik oder so aufnehmen und dann selber irgendwas gestalten und hatte man etwas was man selber gemacht hat die musik war es war eigene musik es war ein eigenes cover das war natürlich auch toll naja das ist so der aspekt der die kassette für mich zu etwas besonderer macht aber ich kaufe ja auch kassetten also von labels sowie warship tapes flugger darkness shall rise oder nabentage und das hängt zum einen damit zusammen dass zum beispiel warship tapes oder nabentage dann kann man halt bands kennenlernen für relativ günstig geld gut die könnte man sich auch auf youtube anhören obwohl manche so undergroundig sind dass sie nicht mal auf youtube stattfinden da kann man halt coole sachen entdecken und die kosten halt nicht für vier fünf euro für so eine kassette wenn die cool ist dann freut man sich ja geil und hört sie dann auch öfters dann gibt es natürlich auch noch so die die flugger und danken shall rise sachen von bekannteren alben von kult alben wenn das so sachen sind wie treu in the moon von beharad oder die s fix sachen oder sonne adam oder bursum das jetzt demnächst rauskommt das sind so sachen die will man dann irgendwo auch haben weil man die alben liebt und dann macht es auch spaß wenn man die auf tape hat und denkst aber geil sieht cool aus das ist vom handling her brauchen tut man das jetzt nicht unbedingt besser klingen als eine cd oder eine lp tut es auch nicht aber es ist halt so es ist also so ein typisches man braucht es nicht aber ich will es haben dann gibt es natürlich auch nur so schöne schön gemachte tape boxen die von hellhammer die ist klasse oder von autopsy oder meine liebste ist die sodom box mit den ersten 567 sodom output das ist das ist richtig cool warum ich noch kassetten abspielgeräte immer hatte waren war deswegen weil ich noch tapes von früher hatte auch demos von befreundeten bands oder bands die mit denen man früher gespielt hat oder so die will man ja auch ab und zu mal anhören oder kassetten von früher die man die immer noch hören will und irgendwann hieß es dann mal ich weiß gar nicht mehr wo ich das gelesen habe die kassette ist tot und ich glaube ab diesem zeitpunkt aus trotz glaube ich war das einfach nur habe ich wieder angefangen vermehrt kassetten zu hören auch gesehen es gibt ja auch noch kassetten hier und dort zu kaufen cool macht mal wieder kostet ja nicht viel geld und genau so ist das halt wieder in bewegung gekommen hier und kassette kann wie gesagt auch richtig spaß machen wenn man ein gutes abspielgerät hat wenn man weiß wie man damit umgeht man weiß wie man den tonkopf reinigt entmagnetisiert und so weiter wie das alles vonstatten geht wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt das ist jetzt kein so ein hardcore stoff wie es zum beispiel mit schallplatten spielern ist oder wie man mit schallplatten umgeht was man dazu beachten hat ich denke das ist ein bisschen einfacher als diese vinylwissenschaft die ja hier das war dann auch irgendwann so ein punkt wo ich gedacht habe diese ganzen leute die vinyls kaufen die sich darauf einwedeln dass er so eine richtig geile anlage haben und wo ich gedacht habe nee zu dem haufen willst du eigentlich jetzt nicht gehören kassetten sind eigentlich viel cooler dass irgendwie etwas dreckigeres was unperfekteres was was punkigeres was undergroundigeres wurde wurde nicht zu so einem elitären kreis gehörst oder das war mir irgendwo irgendwann auch mal ziemlich unsympathisch muss ich gestehen diese vinylszene deswegen bin ich hinab gerutscht zum tapetismus jetzt wisst ihr was ich hier so von tapes halte und warum ich tapes mag und so weiter und so fort könnt ihr halten davon was ihr wollt ich halte jetzt mein getränk hier mein deutsches wasser aus dem wasserhahn wir haben tolles wasser hier um harald schmidt zu zitieren ich sage ja zu deutschem wasser tschüss